Mein Name ist Hendrik Spilker. Ich bin verantwortlich für den Bereich Konstruktion und Entwicklung sowie für die Automatisierung in unserem seit mehr als 50 Jahren bestehenden Familienunternehmen. Wir von der Firma Spilker verstehen uns als der Anbieter für Stanzbleche, rotative Werkzeuge sowie kundenspezifische Sondermaschinen. Bei der Fertigung von Stanzblechen und rotativen Werkzeugen waren wir schon immer an individuellen Lösungen und besonderen Herausforderungen interessiert. Somit sind wir vor zwölf Jahren zum Sondermaschinenbau gekommen und haben uns in den letzten acht Jahren gemeinsam mit der Firma B&R sehr stark entwickelt. Wir genießen von der Firma B&R einen sehr intensiven Support und eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Grundsätzlich benötigen wir ein Kamerasystem, um unserem Kunden die Sicherheit über seine Qualität zu bieten. Kamerasysteme gibt es schon länger am Markt. Dieses sind in der Regel bildabgleichende Systeme. Mit dem B&R Kamerasystem haben wir die Möglichkeit, Messdaten zu ermitteln, diese zu nutzen. A für die Datenerfassung unserer Kunden, B für die Korrektur einzelner Stanzaggregate. Da wir bereits seit mehreren Jahren mit B&R im Bereich SPS zusammenarbeiten, kam uns eine integrierte Lösung sehr gelegen. Wir sind immer wieder auf der Suche nach Kameralösungen gewesen und haben nun eine Möglichkeit gefunden, mit unserem Anbieter während der Engineering-Phase, während der Prozessinbetriebnahme selbstständig im Automation Studio oder auf einer Webbrowser gestützten Oberfläche zu agieren. Das B&R Kamerasystem bietet uns eine voll integrative Lösung. Wir haben hier eine direkte Schnittstelle zu unserer B&R Steuerung, die wir in unseren Anlagen einsetzen. In der B&R Smart Kamera sehen wir die ideale Ergänzung für uns als Sondermaschinenbauer. Für die Zukunft und die wachsenden Anforderungen an In-Prozesskontrolle sehen wir uns somit bestens gerüstet.